Wohnsitz versus Staatsbürgerschaft. Was ist jetzt eigentlich für die Steuerpflicht in Deutschland entscheidend und vor allem auch, was sind aktuelle Überlegungen plus zusätzlich welche Risiken gibt es eigentlich, wenn du zum Beispiel als Ausländer hier nach Deutschland kommst. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Steuermekopf auf YouTube. Zuerst einmal müssen wir ganz klar definieren, was ist eigentlich der Wohnsitz und was ist eigentlich die Staatsbürgerschaft. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass der Wohnsitz grundsätzlich der Ort ist, wo du einfach eine Wohnung hast. Hier spricht man auch von Wohnung, Innehaben, Schlüsselgewalt und ähnlichem. Also dort, wo du auch einen Mietvertrag hast und wo du wirklich deinen Lebensmittelpunkt hast, das ist dein Wohnsitz. Grundsätzlich ist natürlich auch hier dann die Frage, was ist denn gegenüber die Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft in dem Zusammenhang ist dann entscheidend für zum Beispiel Zugehörigkeit zu einem Staat beziehungsweise es sind so Themen dabei wie Wahlrecht oder natürlich auch hier der Reisepass, den zu beantragen, Personalausweis. All das ist dann im Grunde die Staatsbürgerschaft. Die kann natürlich auch abgegeben werden, genauso wie der Wohnsitz. Entscheidend für die Besteuerung ist aber grundlegend erstmal weltweit immer der Wohnsitz. Denn hier ist es meistens unabhängig davon, was für eine Staatsbürgerschaft du hast. Denn es ist hier wie gesagt immer der Wohnsitz entscheidend. Wenn du wohnst zumindest hier in Deutschland, dann bist du hier in Deutschland steuerpflichtig. Egal ob du dann an der Stelle einen, was weiß ich, chinesischen Pass hast, einen amerikanischen Pass, einen englischen Pass, einen französischen Pass oder sonst irgendwas. Entscheidend ist hier immer der Wohnsitz. Also dort, wo du wirklich deinen Lebensmittelpunkt und alles auch hast. Das heißt, der Wohnsitz kann sich grundsätzlich auch ändern. Zum einen natürlich erstmal innerhalb Deutschlands kein Problem. Denn da bist du immer noch der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es keine Probleme, außer vielleicht bürokratisch. Du musst dich ummelden und so weiter und so fort. Ziehst du hingegen ins Ausland oder ziehst aus dem Ausland in Deutschland, dann ändert sich natürlich hier deine Steuerpflicht. Denn wenn du wegziehst, bist du nicht mehr hier in Deutschland steuerpflichtig. Wenn du hingegen herziehst, dann bist du plötzlich vielleicht in Deutschland steuerpflichtig. Schon gewusst? Jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de Wichtig auch zu unterscheiden ist, das gilt natürlich nur für langfristigen Hin- und Wegzug. Hier spricht man immer von der 180-Tage-Regelung. Also sprich, wenn du dich ein halbes Jahr in Deutschland oder im Ausland aufhältst, dann hast du entweder dort im Ausland die Steuerpflicht oder hier in Deutschland. Es gibt aber auch hier zwischen verschiedenen Ländern Unterschiede. Und die Staatsbürgerschaft, wie gesagt, an dieser Stelle ist rein auf dein Wahlrecht, auf deine Rechte, auf deinen Reisepass und ähnliches natürlich hier ganz einfach bezogen. Jetzt ist es so, dass natürlich den Einfluss auf die Steuern, haben wir gerade schon gesagt, hat ausschließlich hier der Wohnsitz. Denn der Wohnsitz ist, wie gesagt, entscheidend für deine Steuerpflicht. Es ist auch dann hier so, dass auch hier in dem Zusammenhang dann die Steuersätze auch sich dann nach dem deutschen Steuerrecht richten, wenn du hier in Deutschland einen steuerpflichtigen Sitz hast. Und entsprechend deswegen auch hier natürlich die entsprechenden Abzugsbeträge, Freibeträge und ähnliches natürlich hier wirken. Das Ganze muss differenziert betrachtet werden, denn unbeschränkt steuerpflichtig bedeutet, du hast deinen Wohnsitz in Deutschland. Hingegen gibt es aber auch den Fall, dass du zum Beispiel, ich sag's mal, Beteiligungen im Inland hast oder auch in dem Zusammenhang irgendwelche anderen Immobilien oder Sonstiges und dann hier beschränkt steuerpflichtig in Deutschland bist. Das bedeutet Wohnsitz im Ausland, aber hier trotzdem innerhalb Deutschlands dann Einkünfte hast. Das muss dann getrennt betrachtet werden. Das richtet sich dann auch am Ende nach den sogenannten DBAs, nach den Doppelbesteuerungsabkommen. Diese Doppelbesteuerungsabkommen sollen dazu führen, dass es entweder keine oder natürlich nur eine geringe Doppelbelastung entsteht, zum Beispiel durch Freistellung oder durch Anrechnungen, Progression oder Sonstiges. Jetzt ist es auch so, dass wir hier mal noch ein Beispiel haben und zum Beispiel ist es so, wenn das deutsche Staatsbürger sagt, hey, Deutschland nicht mehr mein Land, ich ziehe jetzt nach Österreich und bist dann zum Beispiel fünf Jahre lang in Österreich hier ganz einfach unterwegs und lebst, arbeitest, wohnst und sonstiges, Familie, alles mit dabei in Österreich, dann bist du nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Grundsätzlich nicht erst nach fünf Jahren, aber grundsätzlich nach fünf Jahren würdest du auch in Deutschland trotzdem keine Steuern mehr zahlen. Fünf Jahre deswegen auch entscheiden, weil zum Beispiel dann auch keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr greift. Es ist auch hier ganz wichtig, an der Stelle zu wissen, dass natürlich in Österreich grundsätzlich ähnliche Steuerregularien gelten wie in Deutschland. Das ist historisch bedingt natürlich durch den Zweiten Weltkrieg. Aber an der Stelle gibt es einige Besonderheiten, die du kennen solltest, in denen wir auch noch hier in der internationalen Reihe weiter drauf eingehen. Du hast weitere Fragen? Dann ab damit unten in die Kommentare. Ach übrigens, auf steuer-me-kopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1 zu 1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.